Und schon geht's weiter mit dem nächsten Teil vom KFZ-Werkstatt-Simulator 2015. Entschuldigung, ich hab noch gerade was im Mund. Hab's irgendwie in der Hektik nicht geschafft, noch schnell runterzuschlucken. Ja, wie ihr seht, die Werkstatt ist leer. Wie kommt das nur? Liegt's da? Alle weg? Ja, das ändern wir jetzt aber. Ah, badum, 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 laut, äh, warte, Auftragsbeschreibung, laut bei einer Routineaufwirkung der gesamten Reparatur des Getriebes. Äh, annehmen. Und vergleichen wir die Aufträge hier alle vollkriegen. So. Die Lenkung fühlt sich zu locker und repariere alle Getriebefehler. Gut, den kann ich wieder... Boah, Mann. Äh. Aber das ist ein Mini, so ein Mini-Auto. Das ist schön, das ist vom DLC. Äh, Auftragsbeschreibung. Routineüberprüfung und Reparatur des Fahrwerks. Die Lenkung fühlt sich zu locker an. Repariere alle Getriebefehler. Äh, schon wieder? Ach, gibt's ja noch gar nicht. Ah, verflixt und zugenäht. Äh, äh, ja. Müssen wir halt den komisch nehmen. Weil der ist mit Lackierung und die können wir noch nicht annehmen. Weil ich die blöde Lackhalle noch nicht habe. Da fehlt mir noch ein bisschen an... Was war das jetzt? An Geld oder an Erfahrungspunkten? Erfahrungspunkte fehlen mir noch. Okay. Schönes Auto, aber hässliche Farbe, ey. Uah. So. So, wollen wir mal anfangen. Äh, da. Laut Beschleunigung... Laut bei Beschleunigung. Und Routineüberprüfung und Reparatur des Getriebes. Okay. Äh, nee, nicht abschließen. Äh. Ja. Gehst du mal erstmal auf den Diagnosepfad, würde ich mal so behaupten. Äh, muss man ja wieder so machen, ja. Äh, Fahrzeug bewegen. Reparatur... Oder so Diagnosepfad. Oder wie es... Alleinwire im Hof... Neue in dem Hof... Neue in dem Hof... NDR 2 hört er haha ok interessanter Kunde Aber ist auch ne geile Schleichwerbung ne für den Radiosender also ok so da ist alles in Ordnung äh machen wir mal ne kleine Testfahrt geht ja gar nicht ok dann müssen wir mal gucken das Auktionshaus da muss man wie ich hatte mir mal ein bisschen was durchgelesen und da muss man dann teilweise Autos kaufen die wieder herrichten und dann wieder zu einem guten Preis verkaufen also wenn ich das so richtig verstanden habe das ist natürlich ne interessante Geschichte so 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 mit dem Laden es dauert aber auch wirklich so 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 da ist er doch so 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 Ah, wo ist er, da ist er. So, und lassen wir den mal wieder runter erstmal. Wow, wo will ich denn hier hin? So, Kupplungsdrucklager ist erledigt, laut bei Beschleunigung. Hm, Teile nicht gefunden, okay. Auspuff. So, ich kann ja noch mal. Oh. Yeah. Okay. Jut, machen wir mal den Reifen dran. So, Mutterruppe zu und dann wollen wir mal die Mitte. Boah, warum kann ich eben wieder, oh, ist der Zorn. Was sah ich da aus, Puff? Warum geht das schon wieder nicht? Geht doch, na also. So, was haben wir denn hier? So, Mittelschalldämpfer und Abgaskatalysator. Oh mein Gott. So. Was sollen die Sterne jetzt hier? Verstehe ich nicht. Also, naja. So, ist auf jeden Fall erledigt. Aua. Nächste Auto machen wir dann morgen. Okay. Das schöne Teil hier. Machen wir auch schon mal den Motorhauber auf. Oh, 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 oh. Okay. Das sieht ja mal interessant aus. Ja. Das war's dann, wie gesagt, für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare. Schaut euch meine anderen Let's Play Reihen an. und abonniert mich. Würde mich riesig drüber freuen. Ja. Wir sehen uns dann morgen. Ich sage tschüss, euer Ben Hoshi.